Hallo, wer bist du? Ich bin die Sarah Pettsteiner, komme aus Oberösterreich und arbeite für den Lechner Show. Seit wann fährst du auf den Erzberg? Ich fahre jetzt das zweite Jahr, also letztes Jahr war das erste Mal sozusagen. Was war dein bestes Rennergebnis, Prolog oder Herzknöbel? Prolog und letztes Jahr eben als vierte und schnellste Österreicherin. Dein verrücktestes Erlebnis am Erzberg? Also ich glaube, das war letztes Jahr, weil ich arbeiten müssen habe, auf unserem Terexim-Stand und in dem Prolog nicht besichtigen habe können und jetzt ein bisschen blind geformt bin. Und das war eigentlich für mich das verrückteste. Dein Ziel für heuer? Mein Ziel für heuer ist, dass ich eine Gaudi habe und dass ich stürzfrei bleibe. Partytiger oder Rennstrieber, wie lebst du am Berg? Also ich würde sagen, beides. Ich werde mir auf jeden Fall das Bierzeit anschauen und dann schauen wir mal, was es ihr gibt. Dankeschön!